Unsere Süßfahrten! Wir gehen uns schon mal mit einer Kugel Schoko vor! Cloud! Hier bin ich! Na dann, los geht's! Mitgar liegt in dieser Richtung, oder? Ich glaube, ja. Von hier aus wirkt es winzig klein. Ist ja auch weit weg. Sag mal, war eigentlich was mit Tifa? Mhm. Wir teilen uns schließlich ein Zimmer. Hat sie was gesagt? Das war nicht nötig. Es war zu spüren. Freunde aus Kinderzeiten sind viel wert. Man muss sie sich bewahren. Das war ein Scheiß. Oh! Oh! Aufbieg! Aufteilen! Finde den Avalanche! Vorwärts! Oh! 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 Oh, oh! 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 Weg hier! Ach, wir sind hier. Wir reden später. Erstmal zur Herber. Aber... Die anderen warten schon. Nur ihr. Fang bloß keine Kämpfer an. Das zieht uns nur mit rein. Geh an rechts. Folgen jetzt. Niemand hier! Tch, wo stecken die nur? Hey, sieh da! Irgendwas Verdächtiges bemerken? Ist dir sonst vielleicht jemandem etwas aufgefallen? Alles Verdächtige ist zu melden! Immer noch keine Spur! Vereilung! Jawohl! Wart ihr es eigentlich, die den Reaktor in Minka in die Luft gejagt haben? Keine Angst, ich halte dicht. Wenn jemand auf den Raum kommt, gehörst du auch zu erreichen. So war es ein Rass. Wartet! Ich lenke die Gattesten an. Währenddessen könnt ihr oben über die Träger klettern. Ist dir irgendwas vorgefallen? Wir suchen nach Flüchtigen! Ist Ihnen irgendwer aufgefallen? Lassen Sie mich mal überlegen. Also... Nein, das können Sie nicht gewesen sein. Oder doch? Schon gut! Begeben Sie sich nach Hause! Fahrten Sie doch kurz. Es fällt mir sicher gleich ein. Ähm... Also... Sie stören die Fahndung! Verschwinden Sie! Nee! Irgendeine Spur? Wir durchsuchen gerade die Häuser! Macht hin! Sie dürfen uns nicht entwischen! Sie dürfen uns nicht entwischen! Das lief doch gut! Ist nicht mehr weit jetzt! Bleibt vorsichtig! Und die anderen? Hm... Die warten unten. Der Geheimgang führt euch bis vor die Stadt. Noch dürfte er sicher sein. Nicht weit von Kalm gibt es eine Farm, auf der ein Bekannter arbeitet. Geht zu ihm! Und hier... Nehmt das! Ein Synthesemodul. Es ist ein Relikt aus den Zeiten der Republik. Damit könnt ihr Gegenstände herstellen. Vielleicht hilft es ja. Kriegst du kein Ärger, wenn du uns gehen lässt? Diese Stadt und ich haben noch eine Rechnung mit Shinra offen. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht ob all das hier richtig ist. Also haut lieber ab, solange ich euch lasse. Leute, wir müssen uns nach Hutchins zurückgehen. Und auf die Synthesemodul. Die Verkannung wird auch ab, solange ich mich durch. Ah, ein Glück. Du bist unverletzt. Entschuldigung. Endlich. Wo habt ihr euch bloß rumgetrieben? Wir waren... auf dem Welt? Mit solchen Späßchen ist jetzt erst einmal Schluss. Klar? Gut, dann los. Eine Sackgasse? Ich spüre einen Lufthauch. Von hier. Zeit für einen Räumkommando. Lufthuhr. Hoffh! Das war's für heute. Der Planet lebt ja wirklich. Ich hatte es fast vergessen und er wirkt noch stärker, als wir alle zusammen. Das sieht nur so aus, darum merkt niemand, dass das Ende schon nah ist. Ich muss noch viel lernen. Was willst du wissen? Zum Beispiel, wie man seinen Weg findet. Also das ist ja wohl simpel. Meine Devise lautet wie folgt. Immer brav, der Nase nach. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Nach Kalm kommen wir wohl erstmal nicht zurück. Denke auch. Los. Das ist der Anfang einer großen Reise. Nicht wahr? Ja. Dann wollen wir mal. Na dann, den Letzten beißen die Hunde, Leute. Ja. 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 Das war's für heute. Schiff! Komm! Die Können in diesem Jahr die Staaten überleben. Ob die uns angreifen? Was meint ihr? Werden sie nicht. Woher weißt du das so genau? Aus meiner Grundausbildung. Jeder Soldat muss sowas wissen. Wildtiere greifen nur zur Jagd an oder um sich zu verteidigen. Und Gäuhe dagegen gegenüber vollkommen grundlos. Wenn sie angreifen, ist der Grund egal. So verreden wir ihre Absichten schon von Weiterem. Die hier greifen nicht ein. Diener Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war's für heute. 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 Das war's für heute.